Hallo Leute und herzlich willkommen zu der Ultra Hardcore Battle Staffel 1 und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, wir gehen einfach zu den Spawn Points, bis gleich! Und es geht los, oh mein Gott, ich habe alles und weiter geht's, geh in die Richtung, in deine Richtung, wir haben noch Spawn Time, nicht runterspringen, du springst jetzt hier rüber, auf die Treppe, komm komm komm, nimm einen Baum mit, nimm einen Baum mit, nimm einen Baum mit, nimm einen Baum mit, nicht meinen, das ist mein Baum, dann such den eigenen Baum. Ja, okay, ruhig, brauner. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen zu Ultra Hardcore Let's Battle Staffel 1. Jo, wir spielen Ultra Hardcore Penis Fotze Fotze. Dick Johnson, kein Blit, ihr wisst ja Bescheid. Ich habe gerade Paras, dass die an, ach nee, wir dürfen uns ja in der ersten Folge nicht angreifen, ne? Ich habe fünf Folgen, das reicht erstmal, kommst du? Achso, ja. Hier hast du und hier hast du. Hinter dir liegen zwei Sachen. Ja, 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 ich versuch's noch aufzusammeln. Warte, ähm, gleich mal eine Workbench, damit wir uns hier... Soll ich Sticks machen? Ich hab schon, jeder macht für sich jetzt. Ja, hier, dann sind wir du. Ich hab ne Spitzhacke, ich hab ein Schwert, und das reicht erstmal. Ich glaube, ich mach mir noch ne Axt. Also, ich würde sagen, über Nacht schließen wir uns wirklich ein. Also, ich hab keinen Bock, über Nacht Leben zu verlieren. Und versuch Goldäpfel mitzunehmen. Äh, Äpfel mitzunehmen, damit können wir raggen. Ja, direkt Goldäpfel, so, Holzspitzhacke. Ich versuch hier nochmal, Äpfel rauszukriegen, solange du hier... Holzschwer, zack, zack. Was bräuch ich noch? Ne Axt vielleicht? Ne, nicht ne Hacke. Ne Axt, so. Härte war's, ja. So, gut. Zack, zack, zack. Den lösen wir, ich komm mit dem Baum hier nämlich noch auseinander. Ich will wenigstens einen Apfel haben, damit wir raggen können. Ähm, ich hab keinen Bock in, äh, in die Hölle zu gehen und uns da Healtränke zu machen. Äh, ja, ähm, was ist neu? Neu ist Weißweiß für Yannick. Und... Ach, hier, ja. Hier die Spielerliste. Genau, da hat sich nur eine Person mehr ertauscht und zwar Yannick mit, mit, mit Weißweiß. Ähm... Links zu allen natürlich in der Videobeschreibung. Ja, aber bitte besucht sie nicht. Ähm... Oh, und... Ich hab nur Samplings. Ja, ich auch irgendwie. Oh, da ist ein Apfel. Ja, hast du einen? Ja, ja, ich hab mal Apfel. Pass auf, neben dir ist eine Höhle, ne? Direkt neben dir ist eine riesige, eine riesige Schlucht. Wenn du da reinfällst, töd ich dich. Nochmal. Ich darf doch dann gar nicht mehr joinen. Ach ja, genau, ähm, jedes Team hat jetzt nur ein Leben. Jo, okay, lassen wir weitergehen. Wenn ich jetzt aber sterbe, dann kann Marcel noch so lange weiterspielen, bis er auch stirbt. Jo. So hab ich das zumindest verstanden. Jo. Vorsichtig hier runter, ohne Witz, ich hab richtig Paras. Heyo. Heyo. Heyo, locker flüssig, komm. Du hast einen Apfel. Ah, das fackt mich gerade ab. Wieso hab ich keinen Apfel? Warum? Welch cooler bin als du. Also, für alle, die es noch nicht wissen, wir spielen in einer 1.8. Genau, diesmal gehen nämlich dann auch Schafe essen. Aber das bringt uns leider nichts. Ähm, wo bist du? Also, außer, dass unser Essen voll ist. Also, äh, durch wir... Weil wir ranken nämlich nicht. Genau. Hast du das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Nö, ich weiß es auch nicht. Aber es ist schön, es ist schön. Ich hab auch einen Apfel, gut, jetzt können wir weiterlaufen. Was ist das schön? Ich glaub, für jeden einen Gott-Apfel reicht erstmal. Ja, dich mal wieder zu sprechen. Achso. Ähm, wo bist du? Ach, neben mir. Hier, neben dir. Ich bin nicht... Ich warte hier auf dich. Gut, gut. Ähm, Strip-Mining war diesmal nicht vermuten. Ich weiß nicht, wo du nichts dazu gesagt hast. Weil wir haben auch keinen Flansmod und so. Wir können jetzt auch hier die Teams sehen. Wir können die Namen sehen. Wir können die, äh, die Leben sehen. Genau. Und ich hab gerade als Einziger eine... Volle Verbindung. Mini-Map. Ne, Mini-Map. Ich hab nur nicht weitergeredet. Äh, eine Mini-Map. Ja. Ich hab uns vorher schon einen Punkt am Spawn gemacht. Ja, das ist gut. Aber ich weiß nicht, ob uns das was bringt. Also bevor es Nacht wird, würde ich mich auf jeden Fall irgendwie in den Boden einbauen und Kohle finden. Also nimm nochmal ein bisschen so Holz mit. Kohle, Kohle, Tralalala. Stürmel, alter, der Hase. Ey. Ey. Jetzt aber gut. So, komm mit. Jetzt noch einer. Na, egal. Essen reicht erstmal. Wir haben 32 Sechs. Das reicht für die komplette Staffel. Ja, aber Hasen geben auch nichts. Die geben nur Fell, glaube ich. Nein, Raw Rabbit. Echt? Ja. Ah, okay. Cool. Also wir gehen jetzt erstmal erstmal Richtung World Baller. Und ich versuche, ähm... Boah, wenn du leckst die Aufnahme gerade? Ja, ich hab's gemerkt. Bei mir? Boah, ich hoffe... Ja, das, das mein ich. Ich hab gesehen, dass du dich voll weit vorgeportet hast. Nein, die Aufnahme lag, nicht Minecraft. Echt? Ich will einfach nur so ein Loch finden, wie am Anfang. Aber ich will nicht direkt am Spawn in so eine Schuhe gehen. Weißt du? Ein Loch. Ja, die erste Folge wird natürlich wieder ein bisschen länger gehen. Ähm, die erste Folge wird wieder Byte-Folge, Digga. Neun. So leid. Ah, ja. Mein Freund. Haben wir jetzt alles gesagt? Oh, Schweine, Schweine. Na, je Nudeln. Na, je Schweine. Ich weiß gar nicht, warum wir so viel Fressen einsammeln. Wahrscheinlich die Paras von letztem Mal. Ja, scheiße. Ja, weißt du, nachher rennen wir hier wieder rum und haben nix. Und dann heulen wir rum. Aber nur, weil wir zu blöd waren, die Karotten anzupflanzen. Ja, aber diesmal haben wir leider keine Karotten bekommen. Kommst du, achso, wo bist du eigentlich? Ah, da bist du. Ich bin hier. Okay, er hat dich schon hier. Ja, okay. Pass auf, nicht, kein Leben verlieren, ne? Soll ich nicht das Schwein noch so? Ich habe Elfsteaks, Fear Rabbids und hier sind auch nochmal. Ja, okay, komm, das reicht jetzt erstmal. Das reicht erstmal. Wir müssen erstmal erhöhen. Wir müssen farmen, Junge. Wir müssen farmen. Ich weiß. Diggi. Alter, wir recken kein Leben. Ich habe da voll vor Angst. Da voll vor. Da habe ich da richtig Angst vor. Also wir müssen auf jeden Fall viel Gold. Coole, coole. Tralala. Ja, viel Gold brauchen wir auf jeden Fall. Hier ist eine freie Fläche. Hier ist schon mal ganz gut. Hier kann uns nicht viel passieren. Ja, ich glaube für einen Goldapfel brauchst du wie viel? Ähm, neun Gold. Neun Gold. Und für einen OP-Goldapfel 72, klar. Aber dazu bräuchten wir auch Diamanten und Enchanting-Table, oder? Nein. Nicht? Für einen Goldapfel musst du einfach nur die Gold-Stadt-Gold-Barren-Goldblöcke hinpacken. Also für einen OP-Goldapfel meinte ich jetzt. Ja. Okay. Wenn du gerade nur Goldapfel gesagt hast. Nö, dann hat er das andere verschluckt. Dann bitte ich um Verzeihung. Wir sind viel zu viele Schweine. Die müssen alle weg. Ja, das ist doch geil, Alter. Wir haben voll... Au. Sorry. Ist das dein Ernst? Nein. Junge, bist du behindert? Ja, was rennt schon auch in meinen Schlag, Digger. Toll, jetzt habe ich zweieinhalb Herzen weniger. Und die racken nicht. Junge. Ja, wir kriegen das hin, Digger. Wir kriegen das hin jetzt. Ich mache die Schweine hier, okay? Nein, ich renne jetzt weg vor dir. Komm einfach mit. Hör auf zu schlagen. Ja, Entschuldigung. Fick dich, du Missgeburt. Digger, als ob es Absicht war. Jetzt reg dich mal nicht so künstlich auf, Digger. Ja, jetzt verlieren wir wieder wegen dir. Ja, guck mal drüber antappen, wie peinlich das aussieht. Ja, vor allem wegen mir, gell? Ist ja nicht so, dass du einfach eins von unserem Leben verschwendet hättest. Was habe ich getan? Wo bist du, Digger? Wo bist du, damit ich hier eine reinhauen kann? Das würde ich nicht machen. Ich töte dich ohne Witz. Wo bist du? Ah, da hinten. Ich habe noch mehr Leben verloren gerade. Echt? Ja. Ich bin den Baum runtergefangen. Digger. Ja, wir müssen auf jeden Fall eine Höhle finden. Die haben uns geschrieben? Nee. Ich hätte schwören können. Ah, läuft ja richtig bei euch. Soll ich sagen Creeper? Ja, dann kommt das nicht so peinlich. Ja, dann gucken sie sich die Folge an, was man ja auch wieder nicht darf. Ja, haben sie aber trotzdem alle gemacht. Ja, sonst hätten die niemals gewusst, wo wir sind. Unsere Hütte war so gut versteckt. Ja, ohne Witz, Alter, am Strand. Ist schon hier irgendwo? Ja, ich bin neben dir. Ich war hier unten am Berg. Ach so, ich hab... Ich will eigentlich noch einen Apfel haben, damit ich... Ja, deswegen habe ich gerade eigentlich auch Dinge eingesammelt. Wenn ich gleich sterbe. Also wir bräuchten jetzt auf jeden Fall ein paar Goldäpfel. Das ist das Wichtigste. Hau ab. Ach so, ja. Ach, Apfel. Hast du? Gib mir den Apfel. Warum? Weil ich jetzt zwei brauche, weil du mir schon die Hälfte des Lebens abgezogen hast, du Mistgeburt. Ja, ich die Hälfte, genau. Ich buddel mich mal ein bisschen in den Boden. Oh. Ach, ich höre nur Klatsch. Bei uns läuft wieder richtig. Komm mal mit zu dem Berg. Wir gehen zum Berg. Okay. Also beim Berg müsste auf jeden Fall irgendwas sein. Juhu. Alter, ich bin nicht auf so einen scheiß Berg hoch. Ich habe voll Angst. Ja, dann gut. Dann machen Bullen und ziehen hier rein. Nächste Folge ein Team raus. Nö. So. Doch, was Neues. Wow, der Schädter backt ein bisschen. Ach, da steht der Schädter an, okay. Ja, normal. Ja, normal, Digga. Ich, äh, soll ich mich mal hier... Mach schon. So. Ähm, zack, zack. Oh, fuck ich, Idiot. Mach schon, Digga. Ich mache jetzt Cobblestone. Äh, ich mache mir jetzt eine richtige Spitzhacke. Sie kann weg. Er macht sich jetzt Cobblestone. Ich mache mir richtig Spitzcubblestone, Alter. Kannst du mich da reinlassen, bitte? Ja, lauf doch durch mich durch, Digga. Nein, dann schlägst du mich wieder. Was soll denn das? Was buddelst du jetzt hier bei mir weiter? Ich wollte mich hier... Geh mal weg. Buddel du dich mal bitte. Mach du, such du noch mal Goldäpfel. Goldäpfel soll ich suchen? Äpfel. Fick dich, Hohansohn. Ich will auch erst mal ein bisschen Dingstein haben. Hast du, ähm, noch Ste... Äh, hast du noch Dingens? Dingens? Ähm, Holz? Ja, ein bisschen. Unverarbeitet? Nee, das nicht. Na, muss ich nochmal neues Holz holen. Sorry, Bro. Oh, ja, ja, ja. Ach doch, ich habe sogar unverarbeitetes Spitz. Oh, meine Fresse. Fünf Stück, fünf Stück, Digga, hier. Darf ich schon. Gönn dir... Gönn dir, Bruder. So, jetzt basteln wir hier einmal. So. Ich brauche jetzt... Äh, nee, das kann ich auch nachher nochmal. Oh, dann brauchen wir hier... Oh, das kann hoch, das kann hoch. Der kann auch hoch. So, zack, zack. Haben wir schon Kohle? Ja, ich mache uns gerade Holzkohle, dann können wir uns da fackeln für den Berg basteln. Läuft bei ihm. Ja, läuft richtig. Dafür, dass unser halbes Leben schon weg ist, du Mistgeburt. So, ich esse mal ein bisschen was. Hol mal lieber... Bastel mal lieber noch ein paar, ähm, Bäume ab. Jo. Oh, on my way. Gut. So. Schoopidu. Babu, babu. So, okay, gut. Ich mache mal X-Ray an. Ich habe Diamanten. Das wäre es jetzt. Ich habe eine Höhle gefunden. Das ist gut, ja. Das ist eine Schlucht. Das Eisen. Ich habe ganz viel Eisen. Dann pass auf, dass du nicht stirbst, Digga. Ja, das letzte Mal Schlucht hatte ich nicht so gute Erfahrungen mit. Ja gut, das letzte Mal hast du dich ja nur, ähm, nach unten gebuddelt. Ich weiß, wo die Schlucht auf jeden Fall ist. Jo, ich habe sie gefunden. Da buddeln wir uns gleich dann. Gut. Gut, gut, gut. Gut, dann machen wir das so. Ähm. Wir basteln jetzt noch ein paar Holz, äh, ein bisschen Holz weg. Und dann geben wir die Schlucht und farmen da alles runter. Also wir brauchen erstmal Eisen, damit wir überhaupt eine Rüstung haben und nicht so schnell Leben verlieren durch die Monster. Weil das ist das gefährliche. Entweder wir machen Strip Mining und, äh, also entweder wir Strip Mining und wir treffen kaum auf Monster. Oder wir finden haben schneller Eisen. Strip Mining und treffen übel auf Monster. Hast du schon eine Workbench? Ja, klar. Juh, dann pflanz die mal bitte hin. Danke. Okay. Also ich würde auf jeden Fall in diese Schlucht runtergehen. Das Problem da ist nur, ähm, wir brauchen erstmal eine Rüstung, damit wir nicht ultra viel Leben durch die Monster verlieren. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen wollen. Weißt du das? Keine Ahnung. Nee. Okay, ich brauch noch neue Sticks. Mann, jetzt mach doch mal, du Wichser. Scheiß Dreckskühe. Ich würde mich dann gerne am Rand der Schlucht runtergraben, weißt du? Mhm. Ist das okay für dich, Prinzessin? Wenn du uns das zutraust. Ja. Vorsichtig runterbauen, sterben wir schon nicht von. Ich würde nur gerne noch ein paar mehr Äpfel haben, aber die droppen so selten. Ich hab nämlich keinen Bock, mich unbedingt in die Höhle zu basteln, weißt du? Ja. Also wenn wir ein paar Äpfel haben, können wir ja auch so lange in der Höhle chillen, wie wir wollen. Dann können wir auch noch zwei extra Herzen und so, weißt du? Hm. Äpfel, 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 Äpfel. Wie viele hast du? Ich hab zwei. Ich hab eine. Und der eine von dir ist schon von mir. Ja. Wichser. Mist. Wichser, Mann. Ich hab schon vier Steaks gegessen, und du? Zwei. Ja. Also Äpfel sind, glaube ich, sogar gerade noch wichtiger als Equipment. Ja. Für uns zumindest, auf jeden Fall. Ja, bei uns läuft man wieder richtig. Team Droh, Pratoffel. Ich hab noch einen Apfel. Ja, ist doch gut. Ich hab noch einen Apfel. Ja, ist doch gut. Freut mich für dich. Cool, ne? Ja. So, noch einen Apfel. Läuft richtig bei uns. Läuft richtig bei uns. Ja, Mann. Jetzt krieg ich ein bisschen Pibi in die Auge. Oh, Gott. Hör auf damit. Ich hasse es, Halsschmerzen zu haben. Dein kannst du wieder haben. Wie sagst du Schmerzen? Ich hab doch Halsschmerzen. Ach so. Oh, Pussy. Ja, wobei. Jetzt gehen sie mittlerweile wieder. Mal mehr, mal weniger. Ja, er muss lutschen. Je nachdem, wie viel Sperma ich schlucke. Muss lutschen, hab ich doch gesagt. Ist okay. Das Eiweiß beruhigt wirklich den Hals. Und ich hab noch einen Apfel. Alter, bei dir läuft grad richtig, oder? Ja. Heißer Typ, Digga. Ich nehm hier die ganzen scheiß Bäume auseinander. Auseinander. Hast du gehört, oder wat? So, jetzt haben wir sechs Äpfel, ne? Jetzt brauchen wir auch erstmal das Gold dafür, ne? Ja. Ja, dazu müssen wir ja in die Höhle, Dinger. Ja, komm, ich nach jetzt den Baum noch und dann gehen wir runter. Ich verfolge halt gar nicht so den Chat. Welchen Chat? Ob irgendjemand schreibt zu Folgenende oder so. Ja, jetzt hat niemand irgendwas geschrieben, ne? Ach, Digga! Hat dein Maul jetzt. Die ist auch schon wieder kaputt. Aber gut, wundert mich nicht, wenn ich damit auch die Blätter abbaue. Oh, du volle Schnauze. Halt die Schnauze. Ich hab halt keinen freien Slot gehabt. Ja, dann nimm doch ein Fleisch, oder so. Ja, sagst du gar nichts mehr, ne? Nö, warum auch? Also, ich hab vier Äpfel. So, das reicht erstmal. Sechs Äpfel für Farmen. Komm mit. Schrazi. Komm. Ich wär fast abgestürzt. Komm mit. Ja, bin noch da. So, die nehmen wir mit. Soll ich dir einen Schub geben? Das ist nicht witzig. Ja, ein bisschen. Durch dich verlieren wir noch, weil du mich schlägst. Halt's den Maul. Du kannst jetzt endlich Schafe, ne? So, hier ist die Schlot. Und hier ist Kohle. Auf jeden Fall schon mal. Kohle, Kohle. Jetzt ralala. Wie kommen wir da runter? Kannst du mal ganz kurz gucken, ob hier Monster sind, links oder rechts? Hier sind keine Monster. Das heißt, ich würde mich gerne hier hinten runterbauen. Komm mit. Mhm. So. Hier müssten wir runterkommen können. Lass mich doch da hoch jetzt, du Wichser. Ich hab so Panik vor Monstern, ne? Jetzt geht er hoch, komm. Geh da hoch. Lol, folgen Ende schon? Okay. Oh, ja, gut. Hab ich gesagt. Ich hab mich verlaufen. Ja, gut, das hab ich aber. Oh, Junge. Bist du eigentlich unfähig? Ich bin doch da, hier. Da, hinter dir. Hinter dir. Genau, komm jetzt runter hier. Ja, wir sollten mal hier Tschüss sagen. Ach ja, folgen Ende, ne? Ja, gut. Jo, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao. Digga, du bist so behindert. Bis zumcommittee all. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.